Was ist am Anfang schwer zu sagen? Ja, es ist natürlich schwer zu sagen. Klar, nach zwei Wochen denke ich schon, dass ich wieder auch mehr machen kann. Aber wann ich dann wirklich im Tor stehen kann, ist wirklich schwer zu sagen. Natürlich kann man jetzt philosophieren und sagen, dass ich wieder gegen Leipzig spiele. Aber grundsätzlich ist mein Ziel auf jeden Fall, so schnell wie möglich natürlich fit zu werden. Und alles dafür zu tun, wie immer, dass ich so schnell wie möglich wieder zwischen den Pfosten stehen werde. Und ich denke, dass Leipzig ein realistisches Ziel ist. Und man wird aber peu à peu sehen, wie schnell es geht und daran arbeiten wir. Aber ich denke, dass ich nach zwei Wochen auf jeden Fall auch wieder gut im Training dastehen kann. Und dass ich dann auch mehr machen kann, auf jeden Fall. Was ist das für mich? Es kann nicht so nur schauen, wie geil es geht, also alles auf jeden Fall